Hallo, hier ist Sven von Solar Fake. Ich wollte mich kurz bedanken für die tollen Dystopian Summer Konzerte, die wir mit euch genießen durften in Friedrichshafen in München und in Hannover und natürlich auch für das Streaming Konzert. Ihr seid Wahnsinn, das ist einfach immer wieder total toll mit euch zu feiern und zu sehen, wie ihr das genießt, wenn wir unsere Songs spielen. Das ist einfach ein total überwältigender Augenblick jedes Mal für uns und gerade in diesen Zeiten, wo das so rar ist. Wir wissen das sehr zu schätzen und sind euch unendlich dankbar dafür. Wir haben jetzt noch zwei sehr außergewöhnliche Konzertabende vor uns im September und zwar zum einen Indoor. Das heißt, seit gefühlter Ewigkeit, also eigentlich seit Februar 2020, spielen wir das erstmal wieder drinnen in tatsächlichen Clubs und haben dafür am 17. September die Dresdner Reithalle gebucht und am 18. September den Felsenkeller in Leipzig. Erstmal für uns auch im Felsenkeller, wir sind da sehr spannend drauf. Und zwar spielen wir an jedem dieser Abende zwei Shows und zwar zwei volle Shows, also komplette Konzertlänge zweimal hintereinander. Allerdings nicht etwa zweimal dasselbe Konzert, sondern das erste Set besteht nur aus Cover-Versionen und sehr raren Songs. Cover-Versionen, und zwar unsere Cover-Versionen, die wir bisher veröffentlicht haben und auch teilweise die wir nicht veröffentlicht haben, aber trotzdem schon mal gespielt haben. Und zwar vom ersten Album, von Creep von Radiohead, angefangen bis zu der aktuellen Cover-Versionen. Plus rare Songs, das heißt wirklich Songs, die wir in der Besetzung, wie wir jetzt zusammenspielen, noch nie gespielt haben und auch ansonsten sehr, sehr selten nur gespielt haben. Wir haben dazu auf unserer Internetseite ein Formular gehabt, wo ihr uns eure Wünsche mitteilen konntet und wir haben natürlich schon angefangen, das vorzubereiten und ich glaube sagen zu können, dass wir sehr viele davon umsetzen werden. Und wie gesagt, wir haben schon mit Proben begonnen und das wird sehr, sehr spannend für uns, sehr anstrengend für uns natürlich auch, aber für euch sicherlich auch. Aber das werden glaube ich jeweils zwei wahnsinnig spannende und tolle Konzerte. Das zweite Set besteht dann aus den Songs vom aktuellen Album von Enjoy Dystopia und natürlich den Hits, die natürlich normalerweise in einem Solar-Fake-Konzert nicht fehlen dürfen. Genau. Und wir freuen uns wahnsinnig doll drauf. Für Leipzig gibt's schon kaum noch Tickets, für Dresden noch ein paar mehr. Also liebe Leute, seht zu, dass ihr eure Tickets bekommt, denn natürlich ist das alles unter Corona-Bedingungen geplant. Das heißt, es gibt eine starke Begrenzung an Personen, die sich in der Halle aufhalten dürfen. Und ja, wenn alle, ist es alle. Also würde ich sagen, schaut, dass ihr die Tickets bekommt. Wir sind sehr zuversichtlich, dass das alles stattfinden kann, denn wie gesagt, das ist mit Hygienekonzepten und unter Corona-Bedingungen geplant. Insofern glauben wir dran, dass das alles stattfinden wird und sind da wirklich sehr zuversichtlich, genauso wie die Veranstaltung. Ja, wir freuen uns sehr drauf. Wir hoffen, dass wir euch dort sehen und wünschen euch bis dahin eine tolle Zeit. Bleibt gesund und hört unseren Podcast. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss.